Jo Leute was geht ab, willkommen zu einem neuen Video und zwar noch mal Halo, jetzt aber auf der Xbox Series X, warte mal kurz, mach mal kurz, toh ein bisschen aus und wie ich es befürchtet habe, es ist ein scheiß Konsolenport, auf dem PC läuft es so viel schlechter, Performance technisch, FPS, es fühlt sich nicht flüssig an, auf der Xbox läuft es perfekt, es sieht viel viel besser aus, auch hier kann man Sichtfeld auf volle Position stellen, sehr sehr geil, trotzdem ich sehe die Grafik 10.000 mal besser, es läuft so flüssig, das einzig doofe, ich muss halt mit Controller spielen, ja, und ihr seht jetzt das schlechteste Gameplay, was ihr je gesehen habt, weil ich bin Shooter mäßig ein Controller Noob, aber ich will euch zumindest zeigen, wie geil und wie gut es auf der Xbox aussieht und wie flüssig es läuft, auch wenn ich laufe, es fühlt sich so smooth an, so schön, aber, ja, ob ich hier nicht, warum, wieso kriegen die das nicht hin, es ist Microsoft und 50.000 äh, 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 milliarden Invest, Perium, ja, ja, egal, ich lutsche meinen Bonbon, ihr guckt zu, Controller Gameplay Halo, er ist der Kühl, durch, dicker, wie schön das, wie flüssig es läuft, es macht Spaß, wie schön sich das anfühlt, nein, schade, aber wie gesagt, ich kann halt nichts mit Controller, ne, warum läuft es nicht so schön auf dem PC, das wäre so geil, Digga, das wäre so geil, dann hätte ich richtig Bock auf das Game, wenn das so flüssig sich anfühlen würde, und hier spielen wir ja sogar noch in 4K, schade, Alter, schade, 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 äh, Digga, wie kommt man da oben hin, Hä, was war das, das ist wie eine Waffe, äh, das ist wie eine Waffe, da war er, schade, ich könnte ja mal probieren, ja, aber es wäre zu viel, ich könnte jetzt mal in der Xbox, mal meinen Monitor schließen, und dann mit Maus und Tastatur probieren, an der Xbox, ob sich das besser anfühlt, aber wäre jetzt zu viel Umbau, so viele Gegner, aber nochmal, an jeden Controllerspieler Respekt, wenn ihr Shooter spielt, ich kann das nicht, und da kommt auch kein Spaß bei mir auf, wenn man das nicht kann mit Controller, Ja. Was? Da war doch alles in deinem Kopf. Aber keine Chance mit Controller. Keine Chance. Gebe ich zu. Ist auch Cosplay an. Also ich spiele wahrscheinlich sogar gegen PC-Spieler. Aber wie schön flüssig das läuft. Alter, es ist so traurig. Ich hoffe, die kriegen das noch hin mit der PC-Version. Oh Gott, ey, kann nicht. Ich habe irgendwie ein Powerschild. Ja, 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 ja. Das sind die Gegner. Das ist eigentlich gut. Die Kugeln prallen sogar noch von der Wand und so ab. Also, es macht so viel Spaß. Es spielt sich so schön flüssig. Das auf dem PC, Digga. Ich würde suchten. Aber ihr habt es gesehen. Digga, ich kann, ich habe kein Aiming. Oh, danke. Ich habe kein Aiming mit Controller. Wuhu, ich habe doch Aiming. Oh, shit. Einen Schuss nur noch mit der Waffe. Oh, Leute, ich habe so Bock jetzt gerade auf das Game, ne? Hier keine Muni mehr. Scheiße. Aber das war gut, glaube ich. Ja, ja, ich habe elf Kills. Mit Controller, Alter. Ich bin gut. Weil es einfach auch flüssig und spa... Keine Ahnung. Wenn das so sich anfühlen würde auf dem PC, das wäre so geil. Und trotzdem hätte ich gerne noch eine Mini-Map. Scheiße. Egal, das Spiel ist auch gleich schon vorbei. Neuen Kills brauchen wir noch. Haben wir sogar gewonnen. Gucken, ob wir die noch holen. Und damit verabschiede ich mich auch dann schon wieder hier. Weil ich werde das... Mit Controller... Ey, das ist scheiße. Auf dem PC fühlt sich Kacke an, performance-technisch. Und auf der Xbox fühlt es sich geil an, aber ich kann nicht mit Controller. Das heißt, ich muss morgen vielleicht wirklich mal gucken, Xbox und dann Maus und Tastatur, wie es sich anfühlt. Mal schauen, mal schauen. Es ist aber traurig, dass wir das nicht auf dem PC hinkriegen. Traurig. Es ist traurig! Und unverständlich! Das kann eigentlich nicht sein, Microsoft! Und ich bin nicht der Einzige mit den Problemen. Alle haben diese Probleme. Oh, oh. Nein! Nein! Schlecht! Vier Kills noch. Gewinnen wir aber easy. Gewinnen wir easy. Ich hoffe, das kommt im Video auch so rüber, wie flüssiger es hier läuft. Oh, er snipet da rum, das Hühnchen. Digga, wo? Controller, Alter, ey. Das ist zu langsam alles. Aber wenn ich zu schnell mache, die Sense, dann treffe ich auch gar nichts. Also, keine Chance mit Controller, Digga. So, nochmal ein Kill. Ein Kill noch, dann haben wir gewonnen. Er hat ein super Schild, oder was? Ja, Leute. Sieg geholt. Erster... Nee. Dritter Platz, wird ja gerade sagen. Das war's mit Halo in Fight. Wie auch immer das ausgesprochen. Ich könnte sie mir einmal irgendwo anhören, aber ich mach sie nicht. Auf der Xbox läuft es muchas gracias, aber leider mit Controller spielbar. Auf dem PC läuft es scheiß, aber mit Maus und Tastatur spielbar. Oh, Mann, Leute. Kriegt das bitte hin. Microsoft, kriegt das bitte hin. Haut rein, Leute. Doe.